Mit dem Casio ClassPad 2 ist es relativ einfach, Gleichungen zu lösen, indem man die Funktion Solve verwendet. Diese Funktion Solve finden Sie auf dem Taschenrechner da und dort. Ich werde Ihnen drei Möglichkeiten zeigen, wo man das rasch und effektiv findet und anwenden kann. Rechts unten im Display habe ich die Tastatur eingeblendet, die Sie so in der Wirklichkeit auch auf Ihrem Taschenrechner fast gleich vorfinden. Gut, erste Möglichkeit, die Funktion Solve zum Lösen einer Gleichung aufzurufen, ist über den Menüpunkt Aktion ganz oben, dort über Weiterführend eben Solve. In diese Klammer können Sie nun bereits die Gleichung eingeben, die Sie lösen möchten. Für uns jetzt einmal sehr einfach, zum Beispiel 3x ist gleich 9. Wenn Sie nun ganz unten in der Tastatur das Exe sehen, können Sie mit dem Exe direkt lösen. Ich sage noch dazu, man muss hier dem Rechner gar nicht mitteilen, nach welcher Variablen er die Gleichung auflösen soll, denn es kommt sowieso nur x vor. Das schafft er hier also selbst zu interpretieren. Also Exe und schon steht hier x ist gleich 3 als Lösung dieser Gleichung. Die zweite Möglichkeit, Solve aufzurufen, wäre über den Menüpunkt Interaktiv ganz oben. Auch hier wieder Weiterführend und Solve. Da macht Ihnen der Taschenrechner eine Maske auf, wo Sie die Gleichung und auch die Variable, nach der er auflösen soll, direkt eingeben können. Das x ist hier bereits drinnen. Numerische Lösung werden wir später einmal brauchen, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Solve ist angekreuzt, die Gleichung geben wir hier in diese Zeile ein. Also wieder über die Tastatur Ihres Taschenrechners. 3x ist gleich. Nehmen wir eine andere Zahl auf der rechten Seite, das ist gleich. Also beispielsweise 12. Und wenn ich hier jetzt auf OK drücke, dann sagt der Rechner, x ist gleich 4 ist die Lösung. Und schon ist auch diese Gleichung wiederum fertig. Eine weitere Möglichkeit, die Funktion Solve aufzurufen, finden Sie, indem Sie auf Ihrer echten Tastatur ganz links oben die Funktion Keyboard drücken. Das mache ich jetzt auch. Dann finden Sie hier diverse unterschiedliche Tastaturen, diverse unterschiedliche Keyboards, wie zum Beispiel Math 1, Math 2, Math 3 und so weiter. In Math 1 finden Sie in der dritten Zeile ganz hinten ebenfalls die Funktion Solve. Also auch so können Sie das Ding aufrufen. Wollen wir hier jetzt gleich eine etwas umfangreichere Gleichung eingeben und zwar beispielsweise 3x hoch 2 plus 3x plus 1 ist gleich 271. Das ist eine quadratische Gleichung. Der Rechner wird uns womöglich zwei unterschiedliche Lösungen liefern. Wichtig dabei, auch hier müssen Sie dem Rechner eigentlich nicht mitteilen, dass er bitte nach x auflösen soll. Sie können es ihm aber mitteilen, indem Sie die Beistrichtaste auf Ihrer Tastatur verwenden, die sogenannte Operator-Funktion und dahinter einfach die Variable, nach der er auflösen soll. Also das x. Wenn Sie es ganz genau haben wollen, können Sie auch noch die Klammer zumachen, aber wie gesagt, dieser letzte Schritt ist hier nicht unbedingt notwendig. Drücken Sie auf Exe und schon finden Sie die Lösungen dieser Gleichung vor. Da es sich um eine quadratische Gleichung handelt, war es ja möglich, dass zwei Lösungen auftauchen. Hier ist es einerseits minus 10, andererseits 9. Welche der beiden Lösungen Sie für Ihr Beispiel weiterverwenden müssen, wird aus der Angabe zu entnehmen sein, also ob die eine, die andere oder beide Lösungen dieser Gleichung zu verwenden sind. Und Und